So Leute, es geht weiter hier, wo wir aufgehört haben. Wir werden mit ZauPie spielen. Seinem... 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 Söhnchen. Mal gucken, was es denn hier noch... So gibt's. Hmm... 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 Webtour. Webtour. Fertigkeiten. Dat. Dat. Hmm. So, Schlacht starten. Auf geht's. Quatsch nicht. Mann, dann fang an. Tell us your plan. Please, meh. At the moment, the two crossings at Bai Ma and Yan Jin are under the control of Yuan Chao's forces. We start by raiding these locations. If we succeed in taking them, then we will have our bridgehead. Okay. I'm sure the enemy aren't going to just let us take them now. Quite right. Which is where our diversion comes in. Someone to catch their attention by coming at them head-on. Hmm. 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 Oh, in that case. Perhaps I may be so bold as to suggest myself for the role. Freiwillig gemeldet habt. Es ist nichts. Ich dachte nur, ich könnte als Opfergabe dienen. Oh nein, es wird keine Opferung geben. Wenn diese Linie zusammenbricht, hat der Feind einen direkten Weg zum Meister Chao-Chao. Was? Die Hauptstreitkräfte werden Bai Ma und Yan Jin umzingen. Er erwartet also keine Rückendeckung. Schicksal unseres Meisters liegt in euren Händen. Wir verlassen uns auf euch. Oh nein, offenbar habe ich mich für die wichtigste Rolle freiwillig gemeldet. Ah ja, hast du. Du Schwachkopf. Hast du. Ähm, Lieblingshofen. Da gibt es bestimmt... Oh. Das ist interessant. Die werde ich mir holen. Und zum Thema Doppelklingen. Also zwei Zwingenschwerter gibt es bestimmt auch... Oh ja, das ist natürlich etwas Besseres. Oh. 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 Hehehe. Und die... Da. Quatsch nicht. Ich werde das so machen, wie ich das will. Und auf geht's. Auf geht's. Wir wollen diese Gelegenheit für einen Angriff nicht verpassen. Verstanden. Der Feind hat größere Nummern, also kämpft sie direkt mit dem Doppelkampf. Wir müssen sie auszutragen, indem wir Bai Ma und Yan Jin schreien. Ich hätte gerne Li Dian gespielt. Ich hätte gerne Li Dian gespielt. Ich hätte gerne Li Dian gespielt. Wenn noch fooled�를 tun. Hm. Ehrenhafter Mann. Wenigstens zahlt er seine Schuld zurück. Mit jedem von mir. Hm. Geil. Boah, der ist mega arrogant. Gesundheit aufgefüllt und mehr AP. Boah, sind das viele. Kommt alle zu mir. Ich möchte den Musul-Angriff von meinem kleinen Freundchen mal austesten, den ich noch nicht habe. Den ich aber jetzt mal austesten kann. Nett. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin nicht bereit, mich zu zeigen, die älteren Leute mal nicht schlecht erspächt. Fährt. Und... Irgendwann noch ihn hier. Ich vergesse jedes Mal, dass das springen muss. Nee, ich muss da lang. Ihr müsst euch mal... Ihr müsst mal überlegen. Ihr rennt durch ein Schlachtfeld mit einem Pferd. Und werdet nicht abgeschossen. Das ist genial, ne? Na ja, das hab ich gehört. Kommt, du, Denny. Du kannst ihn auch so heiß für den Kampf sein. Yen Lio, ich bin hier, um deinen Kopf zu erledigen. Gegen mich hast du trotzdem keine Chance. Öffnen sich die Tore auch? Oder... Bleiben die zu. Ah! Gut. Auf geht's. Excellent. Du sollst Marvill und deine Fähigkeiten. Du kommst alleine. Das sollte gut sein. Er sagt, das wird ein Spaß. Er wird schneller tot als alles andere. Los. Ich komme für dich. Ich kann nicht, dass du dich aufhörst. Ich komme. Ah! Sand. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Informationen. Ich werde eine Führung von Führung von Wu Chao formen. Okay. Ja, verstanden, ne? Ich bin erstmal lustig, wenn sie sagen, ich lass dich gehen, dabei hab ich, äh, Sicht. Ne, 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 ne. Schön hierbleiben. Ja, aber ist es beim Gegner? Hat der sich jetzt zurückgezogen? Ich muss den einen immer besiegen. Komm, konzentrier dich mal auf mich. Ich muss den einen immer besiegen. Ich lasse das jetzt weg. Ich glaube nicht, dass du gewonnen hast. Ich bin gar nicht fit, um das Spielfeld mit mir zu sharen. Ich muss den einen immer besiegen. Ihr habt das alle nicht drauf. Da könnt ihr noch so viele sein. Ihr seid nicht annähernd stark genug. Und das werdet ihr auch niemals sein. Was machen die da? Gammeln. Die Tore öffnen sich nicht. Deswegen frage ich mich... Da hinten. Was machen die da hinten? Was machen die denn da hinten? Die kämpfen ja gegen die... Vielleicht sollte ich helfen. Kommt mal alle zu mir. Ja, es sind hier keine Feinde mehr. Zumindest seh ich keine. Ja, was hat die natürlich erwartet. Das Feuerattach-Unit war erfolgreich. Mu Chao ist in Flames. Ich kann nicht in so einer brutischen Armee gehören. Ich denke, ich bin viel mehr zufrieden, um die Seite von Cao Cao. Er schließt sich mir einfach an. Auf geht's. Du bist ein bisschen schwul in meinen Augen. Aber okay. Du bist hilfreich. Woos. Was ist das? Erfahrung. Oh. Hauptmann der mobilen Einheit. Ein sehr schwerer Gegner für mich. Schnelligkeit. Oh, Schnelligkeit ist immer gut. Ich liebe Schnelligkeit. Ich liebe Schnelligkeit. Eine Frau? Aber natürlich bin ich sehr von mir überzeugt. Oh. 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 Alle hauen sie ab. Finde ich immer richtig gut, dass sie alle abhauen. Ich versuche gerade herauszufinden, wo ich hin muss. Äh. Ich guck gerade auf der Karte. Und da müsste jetzt eigentlich hier gleich... Da. Das Eingangstor kommen. Da ist er. Da ist er. Ende jetzt. Das ist ziemlich arrogant. Ist ziemlich arrogant. Und. Sag nichts mehr. Ich denke dich weniger von einem Mann. Ein noble Name. Und eine kraftvolle Armee. All diese Kraft. Und zwar du hast du zurückgebracht, eine Lande, die jetzt lange vorgebracht hat. W- Was bist du? Das sehr Fakt, das du nicht verstehst, ist der Grund, warum du verloren hast. Das muss weh tun. Das muss weh tun. Das muss heben. Das stimmt. Der Karte. Das ist egal. Das ist egal. Ich denke, dass ich etwas zu schwarz bin. Nein. zu stark nachgedacht ich glaube du stirbst zentral chinesische ebenen erbitterte auseinandersetzung viel in ungnade sieben jahre in diese zahlen wie alt die dann sind die wählen nämlich ganz klar das nehme ich dann nehme ich dann am klingen nö 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 um ja hier dann nämlich einfach das muss ich nur noch finden da das nämlich einfach ich bin halt Doppelklinger ein bisschen begeistert ein bisschen ein bisschen zu sehr begeistert vielleicht könnte sein ich werde diesen Part jetzt auch beenden